gut dann wandern wir halt jetzt an den anderen ort es gibt hier ja nichts mehr zu sehen fast in diesem lagerraum da waren wir schon anatomie der hoffnung gullwags knochen sammeln gullwags knochen sammeln mystisches er gibt ja wieder im zwischenrealm neue anekdoten der fücher control of his feet he control every realm of every land in every world if he could every potential pocket of resistance he seeks to eliminate even if you've never posed a threat before you may think one day you might so you see it's not important how he knew before you did it's important that he was right ich habe wohl ein wenig dinge zu sein würde ich dann sagen schizophren ich überfürsorglich habe ich den namen davon vergessen ja paranoid genau sehr überaus stark ja okay ja ah ja 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 Kf. Ja, Mungant. Dann gehen wir jetzt da rüber. Kf. Ja. Kf. Ja, Mungant. Kf. Ja, hätte ich jetzt auch mal gesagt. Das war nur so eine schicke Kiste und halt so einen vergessen. Kf. Ja. 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 Das war's für heute. jetzt noch mal also der hätte es schon länger aus als die meisten als die anderen hat genug resten ist die gift maximal 85 ok wusste nie wieder der blöde rabe da oben natürlich auch noch die ist das mit der dings machen mit der mannschaft wenn ich schon so weit bin dann mache ich das einfach Niflheim 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 Balm Wand Die seien aber auch immer alle will Wer Super Ahem, Alpha im Weißenturm. Nehmen wir doch mal. Nein, ich glaube nicht, ob es vielleicht noch etwas zu sein ist. Es ist gesagt, dass wenn Jormungandr und Thor im Ragnarok kämpft, dass sie so schlafen, dass sie so schlafen, indem sie zurückkehren, während der Zeit, sogar vor seinem Leben. Was? Das ist eine Schmerz. Ja, ich habe gesagt, dass du dich nicht beschäftigst. Ahhhhhhhhhh Ok Da unten ist die Seele Irgendwo da unten wird dann wohl hier der Knochen sein Trusting a spirit to keep its word is foolish boy But if there's even a chance Don't you want to see mom again? Of course I She is gone Atreus You must accept this I do but To see her again Just one more time Why do you believe him? You do not know him or who he was All of this is sinister He wants to see someone he loved again I I understand how that feels I don't think there's anything sinister about it Hope is blinding your instincts boy Enough of it Enough of it Und wo ist jetzt ihr Oder kommt die Hand aus dem Weltenriss dann raus Nächstes Mal wahrscheinlich einen Fuß Ah Ne ist noch eine Hand Govig's bones What will you say to her? To Govig? Mother What have you left unsaid? I I I guess I just want to know she's okay She's dead boy I know that I You don't understand Neither do you Push her I I I I I I To runtergefahren und er ist tot welten staub weg von achtland doch jetzt muss ich nur noch die letzten knochen finden dann gucken wir doch mal ob wir da irgendwas oder was genau wie dafür ich dann kämpfe ich auch noch gegen den troll ich sage ihnen wir beide okay nicht zu schätzen was wir 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 Ich bin bereit. Okay, also er gibt auf jeden Fall schon mal recht gute Steine. Au, holy shit. Der wirft auch immer Dreck in Gratoss Augen. Komm, jetzt einmal, wenn ich einmal in den Modus gehen würde, dann mach das nicht, ne? Ja, bam. Und Jörmogant guckt zu. Ich finde das lustig. Für Entertainment. Ja. Boah, da tut mir mein Rücken wieder weh. So leicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel habe ich heute gemacht. Äh, ne Mäscher Schmetterer. Ein gewaltiger Schockweinangriff, der alle Gegner zurücksteht. Ich habe heute irgendwie, ich glaube, 87 Liegestütze gemacht oder so, ne? Ich komme so langsam wieder rein. In das Ganze. Und jetzt tut mir hier so an meinem Rücken so ein paar Stellen weh. Aber ich glaube, das ist eher mehr hier so an der Seitenpartie, weil ich merke das immer so richtig. Weil ich habe, ich weiß nicht, ich habe ja gefühlt das letzte halbe Jahr keine Liegestütze mehr gemacht. Und jetzt bin ich wieder so ein bisschen mehr mit drin. Jeden Tag immer so ein bisschen mehr. Und das merke ich halt dann sofort. Ja, das ist halt die andere Sache. Oh, was ist das lustig? Das Tor, Rat der Walküren. Der Kanal der Steinmetze. Laden, Speisesaal. Da waren wir ja. Da muss Leiche. Wo war denn jetzt eigentlich? Hier ist die Eisenbucht. Hehläuferbesatzung füllten. Und irgendwo hier ist dann auch noch Güllweigsknochen sammeln. Okay. Ach, da ist ein Tor. So angenehm, so auf diese Tore zu laufen, ne? Jetzt immer mit dem Boot zu fahren. Oh, jetzt habe ich auf B gedrückt, statt auf A. Wer... ... auf B drückt, muss mit den Konsequenzen leben. Why is Odin so desperate to find a way into Jodenheim, anyway? He's convinced the Giants hold the key to changing his fate when Ragnarok comes. They are the Aesir's oldest enemies, after all. And it's their army that's supposed to do him in in the end. But more than that, he covets their gifts of prophecy. He wants to know what they know and see what they see. So much suffering could have been avoided if his insatiable curiosity was not so much stronger than his wisdom. What do you mean? Ah, remind me to tell you why they call him the Lord of the Hanged. Wollte wahrscheinlich schon immer mal wissen, was passiert, wenn er einfach random Leute aufhängt. Oh, das war jetzt das Falsche, ne? Das war auch das Falsche. Wieso mache ich da mal Sachen aus? Bei Kühen, 21, okay. Äh, rechthaft dick. Nein! Ich will doch bloß Markierungen setzen. Irgendwohin. Vielleicht ist er so ein Stück von der hier. Ah, ne, darf ich schäden. Der ist, was kommt für eine dritte Hand. Ich weiß, dass er nicht zurückkommt. Wo ist denn jetzt dieser blöde Rabe? Ach, mich triggert das immer, wenn ich die höre. Weil ich immer weiß, ich habe was vergessen. Und ich kann das nicht ausstehen. Weil ich es auch immer hasse, Dinge zu vergessen. Das ist auch so ein anderes Ding. Aber so ein Problem, das ich generell habe. Ich vergesse gerne und oft Dinge. Auch wenn ich es eigentlich nicht tun möchte, ne? Das steht ja irgendwo da unten. Wo ist denn jetzt der, ähm, der Punkt von dem? Da ist die Eisenbucht. Ah, da oben immer. Amor vielleicht. Ich bin da. Ja gut, dann fahren wir mit dem Boot halt rüber. Müssen wir. Ich denke auch, dass er es mal irgendwann erwähnen wird. So what happened after Odin was cast out of the Odinheim? Mit magisch, they expelled Odin from their realm and cursed him never to return. Frustrated, Odin visited his fury upon the giants of Midgard. Thor unleashed Mjolnir's might upon any giant he could find. None could stand against the tide of slaughter that followed. And at last it seems, with tears aid, they retreated. The tower disappeared. No giants could be found in Midgard. No man nor God has set foot in Jotunheim since. Mit Ausnahme den beiden natürlich dann, wenn sie hier rüber gehen. Ich weiß nicht, warum die Tatsenwürmer eigentlich aussehen wie so random... Halb Wurm, halb Tiger, ne? Ja, aber... Aber eigentlich sind das ja eher mehr Drachenwesen. Also die sogenannten Würmer oder Wurms gelten ja eigentlich eher mehr als Drachenähn... Oder doch Drachenähnlich, ja? Ja, und das... Ah, da ist halt eine Reise, oder? Ja. 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 Es macht Sinn dass die... ähm... Verstreut war... Was ist das? Oh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber die Anatomie der Hoffnung. Okay, cool. Dann habe ich das auch gemacht. Da kann ich jetzt speichern und dann mache ich einfach beim nächsten Mal weiter.